Hallo, heute spiele ich mit meiner kleinen Nichte Sophia Roblox Doors. Viel Spaß mit dem Video. Sophia? Wo ist sie? Sophia? Da ist sie, da ist sie! Picno? Ja? Wo bist du? Ich such dich die ganze Zeit. Ich stand neben dir gerade. Also, hier. Komm, im Fahrstuhl. Ja, wir wollen ja zu zweit. Ja, ich komme. Okay, dann. Oha, wie groß du bist. Ja. Okay, Sophia, dann. Los geht's. Let's go. Hast du auch Kopfhörer auf, Sophia, in echt? Ähm, ja, ich höre gerade eben mit Kopfhörer. Okay, sehr schön. Nee, ich gehe da rein, da kriege ich Geld, da kriege ich Geld. Woher weißt du, dass du da Geld kriegst? Und wo ist mein Geld? Ich habe das auch gesammelt. Du kriegst kein Geld mehr. Ja, super. Toll. Haha. Wir haben den Feuerzeug vergessen. Das ist gar kein Problem. Das brauchen wir doch gar nicht. Doch, falls es dunkles ist. Guck. Ja, und wo ist mein Feuerzeug? Ja, das musst du suchen hier. Hä? Das ist unfair. Komm, ich brauche gerade keine Türen öffnen. Sie weiß schon, was sie da macht. Ja, ich spiele das auch. Oh, warum kommt denn mal dieser Schrank? Warte mal. Nee, die ist falsch. Oh! Alles gut. Hi. Hallo. Nein, da war gerade eben, äh, hier. Diese Spinn. Hä? Kam das bei dir nicht, Sophia? Pass auf, Schrank. Ich gehe hier in den Schrank. Nee, es flackert nur, oder? Es flackert. Geh rein. Ich bin drin. Oh, scheiße. Hallo, Rush. Wie geht's? Alles klar bei dir? Oh, du bist ja schon weg. Glaubst du? Das, das war Rush. Der Name ist, was? Das war Rush, Leute. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, nämlich, ich bin ja schon Experte. Aber hast du dich gerade nicht erschrocken, wo dich das Viech angesprungen hat? Nein, hier, hier, hier. Die Kerze kannst du nehmen. Okay, danke schön. Bitte. Sie hat sich einfach nicht erschrocken. Ja, ich, diese, dieses hässliche Viech kommt bei mir immer. Hier hat irgendwas geklopft, Sophia. Ja, nein, das kommt manchmal immer. Die sollen sich erschrecken. Und mach deine Kerze aus, das ist nicht dunkel. Die kann auch leer gehen. Das sehe ich gerade. Sie macht einfach alles. Ich muss nichts machen. Pass auf, nimm dich. Nein, nicht hinten. Oh, dieses dunkle... Ah, ich bin aus dem Bild. Meine Maus war aus dem Bild. Lebst du noch? Ich bin tot. Meine Maus war aus dem Bild. Okay, wir schaffen das aber nochmal. Erneut spielen drücken, ja? Aber ist nicht schlimm. Wir schaffen das, Sophia, ne? Zusammen. Wir machen das. Pass auf, dass nicht Glitch kommt. Der Glitch... Nicht hingucken. Okay, ich gucke nicht hin. Ja, dann hier. Okay, ich komme. Machst du Licht an? Ey, ja, warte. Ich sehe halt gar nichts. Okay, ich komme, warte. Warte, ich sehe nichts. Der Kamin ist auch aus. Es ist irgendein Mond. Oh ja, Screech. Ja, Screech. Was, Screech ist das von Disney-Film? Nee, Screech ist dieser Monster, der dich immer erschreckt. Achso, ich dachte, der von hier, diese Weihnachten, dieser Weihnachtstünne, der heißt ja auch Screech oder so. Oh oh, Lichter waren gerade, Sophia. Müssen wir in den Schrank rein? Warte. Rein, oder? Ja, rein. Wenn man den richtig hört, dann muss man reingehen. Nämlich, wenn es so witzelt, dann kann man in den Schrank sterben. Okay, wir müssen schnell raus, oder? Okay. Ja, er ist ja schon weg. Ich habe keine Angst. Sophia, wo bist du? Äh, ich bin hier. Okay, ich komme. Du bist bekennt. Ich habe keinen nicht. Das war alles schwarz gerade. Stopp. Hier lang. Warte. Ah nee, doch da lang. Achso, weil er da unten da ein bisschen rumheult. Nee, nee, fah- Ha ha. Ja. Was ist das denn? Hä, ich habe noch nicht mal die Tür aufgemacht. Du warst das, ne? Nein. Ja, ich habe dich reingelegt. Also, Chat, ich werde vielleicht heiser. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt ist schon wieder dieser Schrank umgekippt. Warte, ich lasse dir das Feuerzeug da, oder? Ja, ich brauche irgendwas. Willst du die Taschenlampe oder das Feuerzeug? Wenn, was willst du haben? Ähm, ich habe schon eine Kerze oder ich nehme einfach das Feuerzeug. Okay, nehme ich die Taschenlampe. Die ist ja halb leer. Halb leer? Ja, das ist Betrug, ist das. Ja, wie schalte ich die an? Ah, hab sie. Ja, einfach so. Sophia! Oh, oh. Bleib bei dem Schrank. Kommt er denn? Schnell rein da. Gott sei Dank, war das nicht Ambush. Ja, Gott sei Dank. Keine Ahnung, wer das ist. Wir spielen mit Sophia. Special Guest. Oh, oh. Was ist das? Regen, ne? Das ist Regen. Oh, mein Siegauge. Was geht ab? Ich sage immer so, das ist... Was ist das? Das ist das Siegauge. Okay. Wir müssen gleich den Parcours machen. Den Parcours? Ja. Mein Bruder, mein Bruder. Mein, 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 mein. Kommst du? Ja, ich bin bei dir. Okay. Ich bin bei dir. Wollte dich schon auf dem Parcours? Ja, ja. Ab dem Parcours kommt jetzt schon gleich. Oh, willkommen in Hogwarts. Oh, oh. Sophia, was ist das? Das ist er, Sieg. Was müssen wir tun? Ja, wir müssen den Parcours machen. Jetzt. Komm, 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 komm. Ja, ich komm schon. Wir können. Wirklich, wir können. Ja, ich bin schon da. Wo? Stille da. Links, rechts, wo lang? Hier lang. Da. Okay. Oh, sch... Ach, du Kacke. Sophia, wo bist du? Ja. Pass auf, nicht den Feuerdruck und nicht die Hände. Die Hände. Ja. Auch was von Sieg und... Wir sind gleich beim Jeff. Jeff's Shop, oder? Ah, nee, Jeff's Shop kommt, wenn wir bis Tür 50 geschafft haben. Du kannst rennen. Ei, 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 ja. Wir beide haben das gut gemacht, Sophia. Das Dietrich... Was? Was? Ei, 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 ei. Das Roblox hat sich echt gut gemacht. Hier ist eine Batterie. Oh, Dankeschön. Danke schön. Jetzt fehlt nur noch ein Viertel nur noch. Dann habe ich komplett wieder voll. Hier ist noch eine Batterie. Boah, du brauchst die ja gar nicht. Jetzt ist sie voll. Welche Tür sind wir schon? 47. Sophia, das schaffen wir ja locker. Wirklich? Ja, ja. Und jetzt gehen wir da rein und wir müssen Bücher sammeln. Bücher sammeln? Okay, bist du geduckt, ja, ne? Ja. Okay. Ich gucke hier links, ja? Ich habe ein Buch. Oh, hier. Sophia, ich habe hier... Oh mein Gott, man muss ein Rätsel machen. God. 200. Ich habe noch ein Buch gefunden. Oh, hier ist noch eins. Ich habe noch eins. Sophia, ich glaube, wir haben alles, oder? Oh, ich höre noch eins. It's coming, it's coming. Okay, alles gut, alles... Oh Gott. Wegrennen, Sophia. Nicht in den Schrank gehen. Ich weiß. Hallo, ich bin hier. Fang mich doch. Bist du tot? Ja, aber ich kann mich wiederbeleben, nämlich ich habe ein Herz. Okay, hier, da wo das Monster ist, da sind noch Bücher. Sophia, er kommt, er kommt, er kommt, oder? Die Ecke ist nicht, die Ecke ist nicht. Okay, warte, warte. Achso, der kommt in diesem Bereich nicht hin. Ich sehe ein Buch, Sophia. Ich sehe, glaube ich, ein Buch. Sophia, ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Wie ist Sophia, man hat schon übersteuert. Wie geht das jetzt? Geh auf den Zettel. Ja, warte. Okay, hab ich. Und da steht ein Code, ne? Was ist die erste Zahl? Äh, ein Viereck. Du gibst ein, ja? Erste ist Viereck. Dann X. Die zwei musst du jetzt eingeben. Dann ein Dreieck. Die fünf also. Als nächstes ein Karo. Das ist die eins dann. Und dann die null. Nein, das ist falsch. Genau, fünf, zwei, fünf, eins, null. Wir kriegen das hin. Doch, das ist richtig. Ah, wir haben es, wir haben es. Okay, let's go. Können wir jetzt aufstehen? Ja, GIF shop. GIF shop. Ich dachte, wir müssen rennen, weil wir um unser Leben rennen. Jetzt wird hier Musik gemacht, oder was? Nein, Dietrich holen. Wenn Dietrich, okay. Soll ich auch Dietrich holen? Nein, ich habe schon bezahlt. Okay, okay. Okay, Sophia, mach das. Was ist das? Du hast dich erschrocken, ne? Ja, den habe ich noch nie gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Psst. Was war das? Hinter mir ist einer. Was war hinter dir? Eine riesige Kugel. So ein schwarzes Monster, so eine Kugel. Was war das denn? Holy moly, ey. Oh, das hört sich hier gar nicht gut an. Immer unangekündigt ist, dann kriege ich was an Herzensfakt. Ich drehe mich. Sophia, ich bin gleich tot. Warum? Weil der greift mich die ganze Zeit an. Wir müssen weg hier. Okay, wir müssen schnell weg hier. Okay. Okay, das ist richtig. Wir müssen schnell weg hier. Das Fisch ist brutal. Ich brauche Pflaster. Ja. Ja, äh, Sieg. Nee, nicht Sieg. Oh, oh, schnell. Hier ist kein Schrank. Doch, ein Schrank ist hier. Aber kein Pflaster. Kann ich da auch mit rein? Nein. Geh, Dominik. Wir sind gestorben. Ja, ich auch. Es scheint, dass du Probleme mit Rush hast. Wollen wir wieder nochmal spielen? Ja, natürlich. Alter Schwede. Neue Runde, neues Glück. Wie er lacht und sich erschreckt. Ja, ist halt so. Man erschreckt sich halt hier bei Doors. Ja. Der lacht, der... Warte. Der am besten lacht, lacht am letzten. Oder wie heißt der Spruch nochmal? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Also, ich stürm dann da rum. Aber nicht schlimm. Es ist meistens bei mir auch. Ich verwechsel auch manchmal was. Warte mal. Oh, ich dachte gerade, irgendein Monster wäre da. Aber das bist du. Habt ihr den das gerade gehört? Oh, ich habe ein Streichholz. War diese Spinne bei dir? Ne, da war irgend so ein komisches Viech, was ein Jumpscare einfach kam. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, Sophia, nimm die Beine in die Hand. Wir müssen laufen. Ja, aber wie soll man laufen, wenn man die Beine in die Hand hat? Das funktioniert! Ich habe es geschafft. Okay, ich muss Vitamine nehmen, weil ich auf was in den falschen Gang gegangen bin. Oh, ich habe auch einen Treffer abbekommen. Die Musik ist wirklich richtig gut gemacht, ey. Wirklich jetzt. Ach, nö. Ach, ja. Ach, nö. Okay, dann ich gebe die Zahl ein, ja? So. Ja, okay. Die erste Zahl. Ähm, 0. Ja. 5. Ja. Noch eine 5. Ja. Die 8. Okay. Das ist die 6. Okay, habe ich. Ah! Bist du gestorben? Ja. Wollen wir nochmal spielen? Heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal, ja? Ja, okay. Und, ähm, nochmal Tschüss. Chat. Chat habt ihr gehört? Tschüss, Chat. Was sagt ihr natürlich? Genau, bye Sophia. Bye bye. Siehste. Dennis sagt, guten Tag. Ja, moin.